People News Eine Hummel namens Mats, 23 lustige Tweets über die Gefühlssoap des Fußballers. Gebt zu, ihr wisst es. Also, was mit Mats, Celine, Katie und Lisa los ist. Wie Tschütteler Mats Hummels Model Celine dartetet. Nachdem er ihr mit den Worten Oh Gott ja, geschworen hatte, Single zu sein. Wie Celine dies seine noch Ehefrau Katie wissen ließ. Wie cool Katie reagierte. Wie sich eine Lisa einmischte, die vielleicht mal was mit Mats gehabt hatte oder vielleicht auch nicht und sich mit Katie solidarisierte. Und wo man auf Twitter die ganze Geschichte nachlesen kann. Und dass Mats darüber Tränen lachen musste. Und sonst könnt ihr es hier nachlesen. Wir präsentieren euch hier einen bunten Blumenstrauß mit 23 herausragenden Tweets zu einem Thema, das zum Frühling passt wie Hummeln auf eure blühenden Balkonpflanzen.